In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Erstmal willkommen zu meinem Blog. Ich habe ja den Blog eben beendet. Ich wusste gar nicht, dass ich weiterbloggen werde. Aber ich dachte mir, ich kann euch hier einiges zeigen, was wir jetzt bei Kaufland gekauft haben. Und zwar habe ich für Lina diese Baby-Schlupfhosen gekauft. Größe 98,04. Das hat, glaube ich, 6 Euro gekostet. Und die sind innen so weich. Also wenn ihr einen Kaufland in der Nähe habt, dann schaut mal vorbei, ob ihr das findet. Und die Marke ist echt der Hammer. Dann ist das das Set gewesen, was Mama für Lina gekauft hat für 5 Euro. Mit der Schüssel und dem Keller. Moment, ich nehme die Hände so ab. Dann haben wir Tischketten. Komm, wir dachten, wir kriegen den Morgen Besuch. Aber wir kennen dich doch nicht. Das war uns aber nichts Neues. Wir kriegen immer Besuch. Dann wird auf einmal abgesagt. Dann habe ich einmal Carprey geholt. Die Wiedermau. Dann habe ich einmal diese ätherischen Öle geholt. Einmal Orange. Minze. Vanille. Dann zweimal Fanta Exotic. Zweimal hat auch der Cola gekauft. Dann haben wir gestern diesen Hugo probiert bei Kaufland. Der wurde uns angeboten. Leute, der schmeckt so, so, so lecker. Ich bin ja voll der Hugo-Fan. Super lecker. Also wir werden uns den Morgenabend auf jeden Fall gönnen. Der ist alkoholfrei übrigens. Würde die jetzt nachfragen werden. Ja, mehr haben wir auch nicht gekauft. Der Rest da ist das, was halt ich bei Bingensbrot habe. Wie heißt das? Wir werden mal mit der Ernstings-Family. So, ich packe das jetzt alles weg. Aufräumen. Ja. Das ist scharf, aber du kannst das mal probieren. Ja, dann probier es nicht. Baba hat dir gesagt, dass das scharf ist. Ja, Baba, dann bleib ich kaputt hier auf der Dämme. Aber das musst du dir abmachen, weil wir brauchen neue Glühbirnen, Schatz. Ja, ich nehme. So, ihr Lieben, meine Broncos-Box ist wieder mal da. Ihr wisst ja, ich habe da ein Abo für die neuen Zuschauer. Aber ich glaube, diese Box werde ich wirklich abgestellen, weil es mir gar nicht gefällt. Da ist jetzt zum zweiten Mal wieder Schmalz drin. Das ist jetzt Schweineschmalz mit würzigen Grieben. Wofür zweimal? Einmal so davon ausreichend. Dann haben wir hier Süßkartoffel-Curry. Nicht meins. Ich glaube, das ist das Einzige, was man behalten könnte. Das sind jetzt Früchte mit weißer Schokolade angehüllt. Was ist das an dem? Mago. Also, Potato Cup, Süßkartoffeln. Ja, okay. Das könnte man jetzt zwischendurch für Wiener machen. Dann haben wir hier zwei Riegel. Einmal Papra. Also mit Landfrüchten. Das könnte man auch behalten. Okay. Und das einmal mit Schokolade. Was ist das? Mago. Das ist eine Soße. Nee, das ist eine rote Linsensuppe, orientalisch. Okay. Das ist auch okay. Was ist das, Schatz? Was zu trinken? Bio-Smoothie mit Bananen, Kokos und Datteln. Okay, das hört sich lecker an. Ich glaube, ich nehme es zurück. Dann haben wir hier einmal Simply Chai Spicy. Ich glaube, das ist Tee. Was hast du hier rausgeholt? Und dann haben wir einmal hier Pures Himbeerfruchtpulver. Ach so, ich glaube, das kann man dann halt in Joghurts, Desserts, Smoothies, Müsli, Eis und Poppels reinmischen. Und das ist, glaube ich, Tee. Mh. Echt gut, ne? Ja, Mama. Das ist Tee. Ja. Okay. Also außer der Zwiebelschmerz gefällt mir eigentlich alles. Das ist so untergefallen, ne? Aber ich bin sowieso immer von der Hüdenbox mehr begeistert als die von der rote. Das wisst ihr ja mittlerweile. Kann man jetzt wieder zuklappen. Ist auch untergefallen. Ist nicht schlimm, Schatz. Ist nicht schlimm. Richtig schlimm, Schatz. So, dann haben wir von Libelle was zugeschickt bekommen. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Vielleicht kennt ihr die Seite. Da gibt es auch mehrere Sachen. Ich habe mir jetzt die Sachen ausgesucht. Und zwar einmal Thymian Myrute Balsam für Kinder. Aromapflege, auch für Säuglinge zur Pflege in der Erkältungszeit. Dünn, Brust oder Rücken einreiben. Ich denke mal, das ist sowas wie Vic. Deswegen habe ich das bestellt und habe das zu Hause. Dann einmal, das war so ein Dreier-Set, eine Baby-Bernstein-Kette. Traditioneller Schmuck. Den hat Lina nicht genommen. Den hat Lina nicht genommen. Also beim Zahn, aber vielleicht... Dann haben wir hier so ein Baby-Holz-Greifling für Liya. Einmal das. Und einmal so eine Pfeilchenwurzel. Das habe ich bei Lina nicht probiert. Das mit so einer Schmullerkette direkt dran. An einer Schmullerkette dran. Und dann haben wir hier so einen Wochenplaner to go. Den kann man dann hinten komplett beschriften. Mit zum Beispiel, was ansteht. Oder was man an welchem Tag kocht oder so. Und was dann noch fehlt, was man noch kaufen müsste. Und das finde ich am geilsten, Leute. Das ist so eine Aufgabenliste für Kinder mit Belohnung. Ich zeige euch das mal kurz. Also hier ist so ein Farbstempelkissen dabei. Dann ist hier zum Beispiel... Dafür sind jetzt meine dann noch zu jung. Aber ich finde das so geil. Dann ist hier zum Beispiel... Hier, du bist dran, Lina. Dann steht da dein Zeug. Mal, Bastelsachen, Schulsachen aufräumen. Im Wohnzimmer, Kinderzimmer. Dann Geschirrspüler einräumen, ausräumen. Tisch abräumen, Müllhaus bringen. Fahrradroller, Inlineskates aufräumen. Schmutzwäsche in den Wäschekorb werfen. Saubere Wäsche in den Schrank räumen. Oder hier Sonderauftrag. Kann man dann hier eintragen. Dann ist hier so ein Stempel mit so einer Bälle drauf. Und hier sind dann die Kärtchen dazu. Moment. Das sind dann die Stempelkarten. Und wenn das dann voll ist... Warte, Schatz, warte kurz. Gutschein für gesammelte Mithilfe. Dann kann man hier was ankreuzen. Ich lese das mal kurz vor. Ich finde das voll geil. Hausarrest beenden, lange aufbleiben, Mama rand mein Zimmer auf, Essen vor dem Fernseher, 2 Stunden Wii-Spiel, 2 Stunden Fernsehen, zweites Taschengeld, Kino mit Popcorn oder Fastfood-Abend. Und unten kann man dann noch das eigene Steinschreiben schreiben. Finde ich richtig cool. Ja, Schatz, das ist noch... Du bist noch zu jung dafür. Achso, hast du die Kamera? Ah, okay. Ich finde das richtig geil. Also, hat mir sehr gefallen. So sieht das dann aus, wenn man das dann einträgt. Das ist dann der Stempel, die Bälle. Ja. Da fährt mir ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe gehört, Pfeilchenwurzeln sollen richtig gut sein zu zahlen. Ja, Schatz. Ja, du musst was erzählen. Okay. Ich gebe mal Lena kurz die Kamera. Bitteschön. Aber pass auf, ja, Schatz? Ja, Hunde. Da. Ja, du kannst es hinter. Was weiß ich? So, da. Ich habe es geschafft. Da. Ja. So, die Reife, Sonnenschein. Schön. Baut er den da. Da. Ja. Haben Sie gefunden? Und jetzt? Nein. Ich ziehe es noch. Sonne, steig. Ja, Anno, Anno. Hi. Ich komme runter. Ja. Ja. Schön, in der Echt zu sein. Es ist schön, nicht mehr du zu sein. Hallo, kleiner Vogelfrist. Lalalala. Wir nehmen deine Medizin. Nein, ich will nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, genau. Was ist hier passiert? So, ich sortiere hier noch Linas, Elias Sachen. Ich überlege gerade, ob ich für beide ein Dingens benutzen soll. Eine Schublade für Pampers. Ich glaube, das reicht aus. Eine Schublade, weil Lina soll ja auch aufhören, ne? Wir kommen bald. Genau. In einer Schublade sind bald die ganzen Basteln, Bücher, also Bastelsachen. Übrigens, ich vollhorn. Ich habe eine Babytrage bei Ken. Also, ich habe so eine Babytrage bestellt von bei Kay. Und ich habe gar nicht an die Farbe gedacht. Wir wollen ja die ja ab und zu mal tragen, wenn wir in die Arkaden oder so gehen. Die ist der Hammer. Also, der Stoff und so ist Hammer. Ich habe den jetzt noch nicht umgebunden oder so. Das werde ich aber natürlich probieren. Ich zeige euch die mal kurz. Aber ich habe gar nicht an die Farbe gedacht, ne? Ja, tu mal dein Bein da weg. Ja. Moment, ich zeige die euch mal ganz kurz. Und zwar, die Farbe ist richtig geil, okay? Also, aber ich habe gar nicht dran gedacht, dass er die so nicht tragen kann oder wird. Und zwar ist das so eine Trage. Ja, das für die ja, ne? Ja, hier. Die macht man dann halt so dran. Der hat auch so einen Kopfdingens. Den Kopf, den machst du so dran. Dann kannst du das oben umbinden und unten auch. Aber wie gesagt, ich, Dümmerchen, habe mich an die Farbe gedacht. Ja, das wäre jetzt dann die Trage für mich. Jetzt müssen wir für Orgel halt gucken, ne? Wegen der Trage. Was er da benutzen könnte. Aber der Stoff ist echt gut. Also, wenn der euch gefällt, ich verlinke euch den mal gerne unten. Aber auch, der meinte direkt, Schatz, das werde ich nicht umbinden. Ich sehe gerade, die Tücher hier sind auch echt lang. Ich muss mir das echt mal umwerfen und schauen, wie man den dran macht. Ja, Schatz. Ja? Ja. Und das sind halt die Polsterchen, die waren noch dabei. Ich bin mal gespannt, ob ich damit klarkommen werde. Ich hoffe, weil ich finde, wenn man in die Arkaden fährt, dann ist es halt, ne? So was immer perfekt. Der hat auch sehr gute Bewertungen. Ich habe mir die Bewertung natürlich durchgelesen. Und, ja. Jetzt muss ich schauen, was ich hier wegkäumen kann. Und was ich jetzt brauche und was ich nicht jetzt brauche. Also, die hier könnte ich auch jetzt schon mal auspacken. Die kann dann Lina schon mal benutzen, wenn wir rausgehen. Schatz, das sind einfach nur Dosen mit Deckeln. Die müssen wir in das kleine Zimmer tun. Ja, das brauche ich ja auch sofort am Anfang, diese Wickelunterlagen. Bei diesen Schnüffeltüchern bin ich mir noch nicht sicher. Lina hat die nie benutzt. Keine Ahnung. Ich habe so viel. Das kommt in meine Wickeltasche. Aber dazu muss ich erst mal das Video vom Kinderwagen abdrehen. Die haben auch voll viele gefragt, wie der ist, wie der sich fahren lässt und so. Ja, Schatz. Baue. Willst du bauen damit? Ja, da. Ja, dann baue damit. Ja, okay. Lina, du tust da, als ob ich dir immer alles verbieten würde, Schatzi, ne? So, dann haben wir... Ich zeige euch mal kurz, was wir so alles haben für Dia jetzt. Von Terraline diese Kopfkissen. Seht ihr, hier ist so eine kleine Delle. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist jetzt gegen den Plattkopf. Lina hatte das zum Glück nicht. Dieses Problem, aber manche Kinder haben das ja. Und zwar steht hier, hilft, Verformungen zu verhindern, unterstützt deren schnelle Rückbildung. Ohne Bezug, höchste Sicherheit. Ergonomische und komfortabel Schlaflage. Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite. Temperaturausgleichen und hygienisch. Das ist jetzt Größe 1 bis ca. 7 Kilo. Das ist das. Und ich habe davon auch schon mal Größe 2. Das ist jetzt ab 7 Kilo. Genau. Ist halt dasselbe, aber halt für Kinder ab 7, ne? Ab 7 Kilo. Genau, das braucht sie jetzt zum Beispiel nicht. Das könnte ich jetzt erstmal wegräumen. Und dann habe ich hier so Stillpads für Mamas. Da bin ich mal gespannt. Ihr wisst ja, ich will stillen. Und die muss man wohl auf die Brust kleben, damit das nicht läuft. Die sind 100 bis 150, äh, 150 bis 200, äh, äh, anwendbar, so. Ja, das brauche ich auf jeden Fall auch. Hier sofort dann. Ich glaube, die würde ich dann auch mit ins Krankenhaus nehmen. Das packe ich auch hier hin. So, das kann ich erstmal weg. Ich muss nämlich hier langsam sortieren, weil sonst... Dann habe ich hier so einen Babynasensauger von Foxy. Äh, ja. Ich habe sowas noch nie angewendet. Der soll aber auch sehr gut sein. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich nicht, dass meine Kinder krank werden. Aber ich will das dann mal versuchen damit. Das hier habe ich von meiner Ärztin geschenkt bekommen. Das war in so einem Dingen drin. Klein Erik. Ja, ist so ein Holzspielzeug einfach. Aber Spielzeuge werde ich eh nicht mehr kaufen. Diese Babyspiel kennt ihr ja. Die habe ich hier von einer lieben Dame zugeschickt bekommen auf Instagram. Dann hier eine Babyflasche von Nook. Die hatten wir auch zugeschickt. Äh, nee, nicht zugeschickt bekommen. Die hatten wir in so einer Box drinnen. Was haben wir denn noch? Hier sind die ganze Spielzeile, was Mama und ich damals für Lena gekauft hatten. Ja, das war es auch. Mehr haben wir nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich auch brauche. Achso, und hier haben wir so eine Einschlagdecke für den Maxi Cosi. Aber das finde ich auch total wichtig. Also, das hätte ich bei Lena nicht. Aber ich finde, das ist viel angenehmer, wie wenn ich jetzt so eine fette Decke nehme für das Maxi Cosi. Also, das ist perfekt. Mama, aus! Was für ein Schatz? Aus! Nee, Abschieb. Achso, geht das nicht zu? So, bitteschön. Also, Mama, hier da. Und meinen Koffer habe ich bei Mama auch abgeholt, übrigens. Den muss ich jetzt die Tage packen. Ich habe bei Ernstens Family schon so Karemshofer und so für mich bestellt. Für mein Krankenhausaufenthalt. Ja, geht langsam Zeit, ne? Oh, der Maid macht das lieber jetzt. Da soll das hier rumstehen. Ich hoffe, dass wir das zu spät machen wie bei Lina. Weil bei Lina ist mir eine Fruchtblase geplatzt. Ich, Idiot, habe im Krankenhaus angerufen. Meinte, muss ich jetzt kommen? Und die meinten, natürlich müssen sie kommen. Ihre Fruchtblase ist geplatzt. Dann bin ich da hin ohne Koffer. Weil ich dachte, ich darf dann auch wieder nach Hause. Wie dumm von mir. Aber das ist halt, ne? Wenn du keine Erfahrung hast. Ja, und jetzt, ähm... Beim nächsten Mal, wenn das wieder so kommt, müssen wir auf jeden Fall die Koffer mitnehmen. Weil ich weiß noch, ich habe von meiner Zimmernachbarin die Jogginghose damals angezogen. Ich bin ihr total dankbar dafür. Sie war so lieb. Aber ihre Familie war ein bisschen durchgeknallt. Die waren laut. Ich war da, ich lag in Wehen. Dann waren da vier, fünf Männer um mich herum, die ich nicht kannte. Und ich bin auch keine Person, die dann sagen kann, könnt ihr jetzt bitte raus, ich will meine Ruhe haben. Obwohl man das natürlich sagen muss, ne? Wenn man in den Wehen liegt. Ja, und danach haben die am Ende noch eine Flasche kaputt gemacht. So eine Wasserflasche. Die ist ja aus Glas in den Krankenhäusern. Ja, dann lag bei mir unterm Bett voll viel Glas. Das haben die auch nicht weggemacht. Und die Ärzten haben dann gesagt, komm, Frau Said, sie können dann in ein anderes Zimmer. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen direkt ein Familienzimmer, bevor wir wieder solche Leute kriegen. Ich finde das voll scheiße, wenn man nur an sich selbst denkt. Ich meine, da liegen noch ein, zwei Schöne neben dir. Ja? Du darfst nicht hopp machen. Was hat Baba gesagt? Nein. Nein, genau. Deswegen sollst du das nicht machen, ne? Nein, Schatzi. Du kannst gleich baden. Willst du gleich baden? Nein, da. Genau. Das ist meine Schwangerschaft. Ich kann auch ein bisschen über meine Schwangerschaft erzählen. Für die, die das jetzt nicht interessiert. Äh, von meiner Geburt erzählen bei Lina. Ähm, und zwar war das so bei Lina, dass ich, äh, über dem Termin war. Also, fast fünf Tage oder so. Also Lina wollte überhaupt nicht kommen. Und dann hat meine Ärztin gesagt, ja, sie haben zu viel Fruchtwasser oder zu wenig, nee, zu viel. Ihr Kind wiegt über vier Kilo. Ähm, wir müssen halt, ne, einleiten. Und dann, Lina, ich hab nein gesagt, ne? Ja, und dann, ähm, haben die im Krankenhaus gesagt, sie müssen eingeleitet werden. Ähm, am 1.12. Kommen sie dann bitte ins Krankenhaus um 9 Uhr mit Koffer und allem drum und dran. Ja, ich hab dann total geheult, weil ich war total mit der Situation überfordert. Und ich dachte mir so, scheiße. Einleitung, Wehentropf, äh, Schmerzen. Weil, wenn man den Wehentropf bekommt, sind das ja zehnmal so schlimmere Schmerzen, wie wenn du normale Wehen hast. Das hat meine Hebamme mir nämlich damals gesagt. Und dann, ähm, ist in der Nacht, also am 30. oder 31. Also am letzten Tag vom November ist meine Fruchtblase geplatzt. Da saß ich mit Audar und, ähm, wenn ich dran denke, muss ich wieder heulen, ne? Äh, da saß ich mit Audar, ähm, auf der Couch. Wir haben einen Film geschaut, ganz normal. Ich war natürlich voll aufgeregt. Da bin ich aufgestanden und meine Fruchtblase ist geplatzt. Aber so ein bisschen halt, ne? Und ich meinte dann so, oh, der Schatz, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und dann meinte der, was? Was ist eine Fruchtblase? Oh man, das war so witzig. Aber gleichzeitig hatte ich voll Angst. Und danach meinte ich, oh nein, ich muss mich jetzt schnell sauber machen. Was soll ich machen? Soll ich jetzt im Krankenhaus anrufen? Müssen wir ins Krankenhaus oder nicht? Und dann haben wir im Krankenhaus angerufen und die meinten, sie kommen jetzt sofort hier hin. Ähm, halt, ne? Weil meine Bakterien, äh, die haben ja immer so einen Verdacht. Kann ja sein, dass irgendwas passieren kann. Dann sind wir da hin. Und auch der meinte, deine Fruchtblase war das nicht. Du hast bestimmt in die Hose gemacht. Und ich meinte, doch, ich hab das gespürt. Da ist einfach Wasser gelaufen. Und dann, äh, wurde das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Dann lief das wirklich so richtig. Wir sind damals mit dem Taxi gefahren. Das weiß ich noch. Da hatten wir noch kein Auto. Ja. Damals sind wir mit dem Auto gefahren. Das weiß ich noch. Äh, mit dem Taxi, weil wir kein Auto hatten. Und danach sagt der Taxifahrer, soll ich Ihnen eine Quittung zu schreiben? Das zahlt dann die Krankenkasse. Und ich dachte mir, ich scheiße auf diese 6, 7 Euro, weil das Krankenhaus ist von uns 1,5 Kilometer entfernt. Ja, und dann sind wir halt hoch. Ich total verzweifelt. Die haben dann geguckt, ob das Fruchtwasser ist. Und dann meinten die, ja, das ist Fruchtwasser. Aber, äh, ist noch nichts offen. Ja, toll. Dann meinten die, wir warten jetzt einfach einen Tag, bis sie halt die Wehen bekommen. Und wenn nicht, dann muss eingeleitet werden. Und dann meinte die, morgen sollte sowieso eingeleitet werden. Dann meinte die Frau, ja, vielleicht haben Sie Glück und die Wehen kommen von alleine. Dann müssen Sie keinen Wehen tropfen. und sowas nehmen. Ja, dann waren wir im Zimmer. Anne, ja, ja. Kam nix, kam nix, kam nix. Und dann, ähm, am 1. haben die dann angefangen, am Abend, weil die halt Angst bekommen haben. Die meinten, ähm, nach 24 Stunden kann das halt risikohaft sein, wegen den Bakterien und so. Äh, wir leiten lieber ein. Dann habe ich halt so ein Zäpfchen bekommen. Und dann ist der irgendwann abgegangen, hat nix gebracht. Dann habe ich irgendwelche Pillen, oder ich erinnere mich nicht mehr so gut, äh, Medikamente bekommen, hat nix gebracht. Und danach habe ich den Wehentropf bekommen. Aber ich hatte schon so ein bisschen Wehen, ne, währenddessen. Aber halt, bei mir war noch nix offen. Und dann, ähm, aber in der ersten Nacht habe ich halt noch zur Audit gesagt, komm, geh du mir jetzt nach Hause, man darf hier nicht allzu lange da bleiben. Und, ähm, ich war ja auch nicht im Kreißsaal, ich musste ins Zimmer. Und der Mann muss dann, glaube ich, um 21 oder um 22.30 Uhr gehen. Ja, da meinte er, ich gehe jetzt nach Hause, ruf mich an, wenn was ist. Das Handy ist auf laut. Da hatten wir, glaube ich, null Uhr. Und dann war ich auf Klo und, äh, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Also ich hatte wirklich Wehen. Die waren noch zu ertragen, aber man hat ja Angst, ist hier die erste Geburt, man kennt es nicht. Ich kann wieder heulen. Ach. Oh nein, sieh! Ja, und danach, ähm, um 4.30 Uhr, oder um 5 Uhr, habe ich auch da dann gerufen. Ich meinte, ich halte das nicht mehr aus. Bring bitte den Koffer und komm. Boah, ekelhaft. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu erzählen. Aber wenn, ich weiß gar nicht, warum ich heule. Ich meine, so schlimme Schmerzen hatte ich jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann 2 Tage später den Wehentropf bekommen. Lag dann auch in dem Wehen, da war meine Mama auch da. Und dann hat sie, also, dann hat die Geburt halt angefangen. Ich habe natürlich die PDA genommen, weil die Schmerzen waren so nicht zu ertragen. Meine Hebamme war zum Glück bei meiner Geburt dabei. Sie arbeitete nämlich auch in dem Krankenhaus. Ich hatte so Glück mit meiner Hebamme. Sie hat dann eine Akupunktur gemacht, damit ich nicht reiße. Ähm, ich bin auch nicht gerissen. Also, meine Hebamme war wirklich so Gottes Segen einfach. Ich hatte eigentlich eine andere Hebamme. Die hat uns dann aber abgesagt, weil ich nicht zur Geburtsvorbereitung wollte. Sie meinte, wenn sie das nicht machen, will ich sie nicht als meine Patientin. Dann habe ich gesagt, ja, dann nicht. Dann habe ich mir eine andere gesucht. Und ja, dann hatte ich sie. Sie war so lieb. Sie war die ganze Zeit erreichbar. Sie hat das Beste, also, sie hat einfach alles, alles gemacht. Linas Kopf ist so wie ein Zylinder rausgekommen. Sie hat da irgendwas geformt und meine Mutter ist dann rausgegangen. Ich weiß noch, ich habe gar nicht geschrien oder ihr kennt das ja, wenn man gebärt, dann schreit man meistens. Aber der meinte doch, schrei doch. Aber der meinte dann, schrei doch oder sag irgendwas. Und ich meinte, ich muss nicht schreien. Mir geht es gut. Wirklich, die PDA kann ich wirklich jedem nur ins Herzen legen. Ich hatte jetzt keine Nachteile oder so dadurch oder rückend im Herzen danach. Ich weiß aber, was mich am meisten genervt hat. Meine Hebamme hat gesagt, wollen Sie einen Kaffee? Das war ja irgendwann um 3 Uhr nachts. Und dann meinte Aude und Mama ja. Und der Kaffee hat so stark gerochen. Ich habe die ganze Zeit versucht, nichts zu sagen. Ich habe nicht an mich gedacht, ich habe immer noch an die beiden gedacht, weil die sind ja auch genauso kaputt. Und ich meinte dann, ich kann den Kaffee nicht mehr riechen irgendwann. Und nach diesem Kaffee ist Lina langgekommen. Und ich habe direkt angelegt und das war es auch. Also, wie ein Tropf ist schlimm. Aber wenn ihr dann die PDA macht, ist alles vergessen. Eine Geburt fühlt sich so an, als ob du kacken würdest. Ehrlich. Also, als ob du die ganze Zeit drückst und kacken musst. Natürlich haben die vorher alles entleert. Und ich war die ganze Zeit in eine Hundeposition und musste mein Becken so kreisen lassen. Und das hat sehr, sehr gut getan. Ehrlich. Also, im Liegen hätte ich das niemals ausgehalten mit den Wehen. Und jedes Mal, wenn eine Wehe gekommen ist, siehst du das ja im CTG. Und ich habe immer gesagt, jetzt geht es los. Und er hat auch gesagt, irgendwann wusste der dann, okay, wenn es richtig hoch geht, dann kommt eine Wehe. Aber Leute, es ist alles vergessen, sobald du das Kind in der Hand hast. Also, ich habe, soll ich das ausziehen? Ja. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen von der Nachblutung direkt nach der OP. Also, wo der Mutterkuchen rauskommt oder überhaupt diese Akupunktur. So habe ich gar nicht gespürt. Ich meinte, bin ich gerissen und sie meinte, nein, ich mache gerade die Akupunktur, damit sie nicht reißen. Also, die Hebamme war der Hammer. Ehrlich. Ich fange jetzt auch nächste Woche an mit dem Himbeerblättertee. Den habe ich nämlich auch genommen von meiner Schwangerschaft. Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange dieser Vlog geht. Aber machen wir es so, das war jetzt so ein kurzer Geburtsbericht. Ich beende das Video jetzt auch hier, weil das wird sonst zu lang. Jetzt wisst ihr, wie Linas Geburt war, weil voll viele danach gefragt haben jedes Mal, aber ich hatte keinen Bock, ein Video dazu zu drehen. Bei Lia wird es auf jeden Fall einen Geburtsbericht geben. Ich werde euch auch mitnehmen im Krankenhaus. Ich werde auch die Geburt aufnehmen von Lia. Natürlich nicht her, als unten rum zeigen, aber dass man so uns sieht, so Abschnitte und dann Lias erster Schrei. Das werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Für uns auch und das, was uns nicht zu privat ist, das schneide ich dann mit in den Vlog rein und ich hoffe, ihr freut euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss.